Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Octopass Traveller 2 und die Nebengeschichten. Heute geht es um die Nebengeschichte mit den Augen eines Kindes. Die finden wir hier in Wellhain in Laubland und zwar geht es um das kleine Mädchen hier unten links in der Ecke. Was sie auf dem Herzen hat und wie wir ihre Nebengeschichte lösen, das zeige ich euch in diesem Video. Nach dem Intro geht es los. Viel Spaß. Wenn wir das Mädchen ansprechen, dann erklärt es uns, dass es halt eben viel darüber nachdenkt, dass sich Mama und Papa streiten, was wohl daran liegt, dass es der Papa der Stiefpapa ist und nicht der richtige Papa. Und am besten wäre es doch, wenn alle drei sich mal zusammen unterhalten können. Somit beginnt die Nebengeschichte mit den Augen eines Kindes. Mit den Kindern eines Augen ist auch nicht schlecht. Und was wir machen müssen, ist natürlich, wir müssen die Eltern finden. Und zuallererst ist das hier die Mutter und das ist auch relativ einfach zu erkennen. Mutter des Mädchens steht hier direkt an der Brücke hier zwischen dem Inn und der Taverne sozusagen. Und wir nehmen sie jetzt mit und wir brauchen für die Mission, logisch, wir haben Stiefvater, wir haben eine Mutter. Wir brauchen zwei Charaktere, die jeweils eine Figur mitnehmen können. In meinem Fall ist es hier einmal Agnea und wir haben dann hier noch Oshet mit bei, die abends die Leute überreden kann, mit Leckeressen mitzukommen. So, probieren wir es in diesem Fall hier einmal mit Agnea. Ihr seht es da auf dem Level, auf dem ich mich aktuell befinde, Erfolgschance 68%. Müssen wir mal gucken, ob es funktioniert, aber wir sehen, wie schnell das funktioniert hat. Wunderbar, so gelob ich es mir. Und den Stiefpapa, den finden wir in der Nähe der Gilde. Wer die Gilden nicht kennt, klickt einfach mal auf die Playlist. Dort habe ich den Fondort aller Gilden, aller acht Gilden für euch, auch in einem Video zusammengefasst. Entweder unten, Playlist in der Videobeschreibung oder hier oben auf der Infobox. Und das hier, das ist der Herr Papa. Wenn wir ansprechen, dann steht es auch hier, Stiefvater des Mädchen. Und dementsprechend wissen wir, das hier ist der Richtige. Wir müssen jetzt natürlich aber die Zeit ändern, weil Oshet, wie gesagt, ihre Wegefähigkeit nur bei Nacht nehmen kann. Und wir sehen es hier, er braucht einmal Dörfleisch. Ja, nur zum Wissen, die Mutter hätte dreimal Dörfleisch gebraucht. Ja, nur mal so für euch. Und dementsprechend nehmen wir jetzt hier den Herrn Papa auch noch einmal mit. So, und das war es eigentlich. Jetzt sind wir mit den beiden Eltern im Schlepptau unterwegs. Und jetzt gehen wir hier unten wieder zu unserem Mädchen zurück. Uh, das wurde gewohnt, nicht im Wald. Das wurde zum Mädchen hier. Und sprechen dieses noch einmal an. Und ihr kennt das Ganze aus den anderen Videos oder Nebengeschichten. Sobald dann der Haupttext durch ist, startet dann die, sozusagen, ne, Cutscene. Sobald dann der Haupttext durch ist, startet dann die, sozusagen, Nebengeschichten. Sobald dann gibt es als Belohnung für uns noch 5000 Silberblätter und Talisman des Mondes. Mitgefühls. Die Nebenmission mit den Augen eines Kindes ist damit abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ihr habt nun auch diese Nebengeschichte fertig. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Herr Arbeit bedankt sich, wie immer, fürs Zuschauen. Sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.